Besonders zu sein ist etwas Menschliches und Besonderes zu tun ist, was uns ausmacht. Wir engagieren uns, um gemeinsam etwas zu erreichen, einander zu bewegen und gemeinsam zu wachsen. Was uns ausmacht beginnt, wenn eine Hand die andere greift, denn dann entsteht Vertrauen, weil wir einander näher kommen, uns auf Augenhöhe begegnen, weil wir die Bedürfnisse unserer Patienten kennen und ihnen helfen. Was uns ausmacht, zeigt sich im Können und im Einsatz von engagierten Spezialisten, die sich für Menschen einsetzen, um zu retten, zu behandeln und zu heilen. Mit fortschrittlicher Medizin, mit hoher Kompetenz und mit Persönlichkeit. Was uns ausmacht, lässt Herzen höher schlagen. Wenn aus großen Erwartungen kleine Wunder werden, wenn wir den Weg bereiten für die, die nach uns kommen und die unsere Zukunft gestalten werden. Was uns ausmacht, ist eine sichere und menschliche Medizin. In jeder Phase des Lebens. Eine Medizin, die wir immer weiterentwickeln, um immer besser zu werden. Unsere Verantwortung ist das Leben. Unser Mittelpunkt? Der Mensch. Helios. Wir machen uns für Gesundheit stark. Überabolikk. Aber gut geht was.